hallo ihr lieben und schön dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen video von mir so heute zeige ich euch erstmal was ich verwende und zwar das erste war das liquid text acrylic in türkis deep das zweite ist das resen ink slate grey von stefanie etter das dritte war die ocean wave white paste von let's resin und das letzte ist das micr orchid purple von jemesi und da mache ich heute die polka dot technik von sunfire designs da habe ich das video gesehen und habe gedacht das musst du mal ausprobieren die mold die ihr da seht das ist die mold vor die crystal mold von der lieben maika von resincurses.com die hat wunderschöne molds und auch ganz tolle kurse schaut gern mal bei ihr vorbei ich habe auch einen rabattcode für euch den findet ihr in der beschreibungsbox so das resinen was ich verwende ist das clear resin von miss color berry ein niedrig viskoses harz was ich eine zeit lang habe stehen lassen bis es für mich die richtige konsistenz hatte ich arbeite heute zum allerersten mal damit premiere neue technik plus neues harz lassen muss man überraschen so ich gebe jetzt das resen ink slate grey mit resinen gemischt als punkte in die form als erstes habe ich das liquitex acrylic in türkis deep in die mold gefüllt und gebe jetzt schwarze tupfen oben drauf das slate grey ist so ein leicht ja es ist kein grau sondern eher so ein dunkles lila sehr schönes resinen muss ich sagen und das gebe ich jetzt als erstes in punkte rein irgendwie wusste ich nachher nicht wo ich noch irgendwelche punkte setzen sollte und hatte aber noch resinen übrig das türkis ist eine richtig schöne farbe und jetzt als nächstes kommt das pink bzw das orchid purple mica und das gebe ich auf die dunklen punkte schwarzen wie er es immer nennen mögt die genauen mengenangaben schaut euch das video an ich werde auch sunfire designs verlinken dann könnt ihr euch das video da auch angucken und alles was ich euch erzähle findet ihr in meiner beschreibungsbox in deutsch und in englisch so jetzt punkte ich hier auch das pinke mica rein und tropfe und tropfe und tropfe also ich habe die technik noch nie gemacht deswegen ist das für mich ganz ganz neu ich bin gespannt ob es was wird oder nicht das als nächstes kommt das weiß das gebe ich jetzt auf das pinke drauf das maika das orchid purple von gemesi das hat die liebe petra von petras bunte glitzer welt verwendet das sehr oft und war total begeistert und ich habe mir gedacht das musst du mal bestellen und ich muss sagen ja petra du hast recht es ist wunderschön das schimmert richtig toll so jetzt werde ich hier weiter punkten das weiße und ihr könnt es gleich sehen ich habe das video zweieinhalb fach schneller gedreht also wundert euch nicht lasst euch zeit beim gießen keine hektik immer schön langsam und punkte für punkte draufsetzen ist gleich könnt ihr sehen wie das weiß wenn sich das harz von außen nach innen zusammen zieht das macht es ja beim aushärten das zieht sich dann alles in die mitte und man hofft dass es einen wunderschönen effekt gibt deswegen wenn man will dass was an der stelle bleibt sollte man vielleicht relativ ja so ist meins ich weiß es nicht ob es funktionieren würde relativ spät und warten bis es einigermaßen geliert ist wenn man aber effekte haben will wie ich jetzt dann sollte das harz noch arbeiten können also das ist immer so eine sache so jetzt ist das weiß auch aufgebraucht leicht und jetzt gebe ich klares harz vorsichtig in die mitte ihr könnt sehen das sind also die farb kommen wieder unten was man sehen kann sieht schon richtig toll aus und es sieht aus wie eine blume gerade beim auffüllen habe ich jetzt langsam gegossen und passt auf bei mir ist jetzt noch platz aber dass ihr wenn ihr aufgießt dass sie es nicht überfüllt weil dann ist der effekt nachher auch kaputt so jetzt suche ich mir gerade meine nuggets zusammen die nuggets habe ich von themo die gebe ich jetzt in die mitte arbeite die vorsichtig unter seid da bitte auch vorsichtig dass ihr euch mit ich sag jetzt mal glas steinchen nuggets muschel splittern nicht die form zerkratzt wenn ihr das also vorsichtig und das harz geben positionieren mit viel vorsicht das sind so die tipps die ich euch geben kann und jetzt arbeite ich das noch unter dann kommt gleich das sturmfeuer zeug um die oberflächlichen bläschen abzuwarten sag ich jetzt schon entschuldigt bitte zu entfernen so rum und dann gehe ich mit dem heißluft füll noch drüber und ein bisschen das noch anzuregen da ist das sturmfeuerzeug bitte seid immer vorsicht wenn ihr mit hitze arbeitet dass ihr euch das harz oder die form nicht ruiniert weil das ist ganz schnell passiert so und im endeffekt war das schon der guss eigentlich relativ einfacher guss wenn alles passt ich bin auch gespannt ob es was wird also ich war noch nie so nervös gut bin ich schon aber da die farben sind toll ich hoffe auch dass es so rauskommt wie ich es mir wünsche dass man die farbe die farben gut erkennt die unterschiede und jetzt bin ich nebenbei noch ein bisschen am aufräumen wie ihr seht und lasst das einfach ein bisschen mit laufen dass ihr sehen könnt es zieht sich so langsam zusammen in der mitte habe ich schon ein zwöl gemacht und gehe jetzt gleich noch mal mit dem dotting tool wie ihr jetzt seht rein und noch mal den zwöl machen und im endeffekt heißt es jetzt abwarten für mich sind es 24 stunden warten für euch ist es nur ein katzensprung bis wir zum ausformen kommen so ausformzeit ihr seht es hat sich nicht wirklich viel verändert also in der mitte schon das sind richtig schöne zellen geworden und die oberfläche ist schön glatt und klar und jetzt bin ich gespannt und schaut mal ein mega ergebnis ich bin total begeistert es schimmert man kann das türkis erkennen das lila also dieses late grey das gemesi die nuggets habe ich irgendwie warum das da so grün rauskommt ich kann es sollte so ein türkis sein aber es kommt total grün raus ich habe keine ahnung warum so hier habt ihr noch mal eine nahaufnahme von schöneren fotografien sozusagen ich hoffe euch hat das video gefallen ich bleibe dran ich werde weiter videos zeigen und über ein abo ein daumen hoch würde ich mich mega freuen und über ein kommentar auch ich sage bis bald eure marion